Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Helpless Farming und das Ganze natürlich wieder mit der lieben Hailey und mit der lieben Ela. Hallo, hallo. Und heute zur Feier des Tages, weil ihr wisst ja, der aktuelle Gesundheitszustand der Perle ist ein bisschen suboptimal, sagen wir es mal so. Und deswegen wundert euch nicht, wenn sie ein bisschen ruhiger ist oder wir uns heute mal nicht so kappeln. Ich nehme da gerne ein bisschen Rücksicht. Aber, meine Lieben, wir haben die Zeit und die Gunst der Stunde einfach mal genutzt. Denn ihr wisst ja alle, es gab ein Update schon vor längerer Zeit jetzt beim Giants. Und ja, das Update hat sich besser gemacht, eher ganz im Gegenteil. Und auf jeden Fall haben wir uns gedacht, okay, weil wir keinen Bock hatten nochmal dort anzufangen, wo wir vor mindestens gefühlten 10 Folgen aufgehört haben, haben wir uns gedacht, gut, wir switchen um und sind auf der Oldstream Farm gelandet. Das bedeutet, meine Lieben, wir beziehen eine neue Map. Und das bedeutet auch, das Chaos beginnt von 9. Ja. Denn wir kaufen heute erst einmal Maschinen und werden diese zu uns ja an den Hof bringen. Wir haben es nicht weit. Das ist gut für die Mädels, denn die können es nicht verfahren. Sag mir mal es nie. Ja, ihr werdet es vielleicht auch hinbekommen. Und dann werden wir gleich zu Beginn anfangen, Feld 1, was wir hier sehen, platt zu machen. Denn die liebe Hayley möchte wieder bauen, denn sie möchte Pferde. Wir wissen, es gibt zwar auch hier sowas, aber das hat sie noch nicht entdeckt. Deswegen lassen wir sie einfach direkt am Hof bauen. Ist ja auch schön. So, Mädels. Ja. Ja, kauf mal einen. Richtig, dann kauf mal. Bier. Was brauchen wir denn alles? Ja, jetzt ist es soweit, ihr seid schon mal weiterentwickelt. Das ist jetzt so die nächste Stufe. Naja, die Fasselübersicht ist ja, guck mal. Mähdrescher. So. Wo ist denn das Einkauf? P. Du drückst P, Perle. Ah, Piniperle. Genau, denk immer an den Kosenamen und drück P. Okay, dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Bulldog. Richtig. Also ihr könnt konfigurieren tun und machen. Ich bin heute mal nur derjenige, der die Dinge zum Hof fährt. Was wollen wir denn für einen Mähdrescher? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir einen Deutz kaufen, einfach nur um Excellents Neid zum drücken. Ich glaube nämlich, der ist natürlich ein Deutz-Fan. Ich werde dieses Ding nie fahren. Ja, das ist ja dein Problem und nicht mein. Nur den Top-Liner als Deutz. Achso, wir können wieder den Warrior kaufen. Ach, den Top-Liner, den feier ich ja schon wieder irgendwo. Nee, den Mittelgroßen meinte ich. Den Mittelgroßen. Ja, genau, den, den, warte. Sollen wir ihn mal kaufen? Den Series 8 TTV. Genau. Nee, Series 7 TTV. Nee, ganz weiter hinten gibt es noch den 8 TTV. Achso, ja, ja. Und dann kannst du oben bei Standard auf Warrior gehen. Was? Was für Standard? Ja, geh mal drauf, geh mal drauf und mach konfigurieren. Wo steht es? Ah, hier. Standard Warrior. Warrior. Gibt es hier nicht auch ein Weiß? Ich finde die Weißen so schön. Nein, kann ich ja bei Hauptfarbe gucken, aber es gibt so einen komischen Mistkäfergrün und... Mistkäfergrün, okay, interessant. Hauptfarbe. Mudgreen. Mudgreen. Nee, ich brauche jetzt zwei Buchstaben und dann Zahlen und dann wieder... Du kannst doch umstellen, Perla. Kennzeichenform. Typ 1, Typ 2. Nee. Äh? Du kannst aber halt voll die Zahl jetzt, äh, die Buchstaben jetzt nochmal abändern. Mach einfach irgendwas. Du kriegst das schon hin. Du bist schon groß, Perla. Warum geht das jetzt noch? So. Aber einen Mähdrescher brauchen wir doch auch noch, den hatten wir auch. Richtig. Wie groß sollte der denn dran... Nee, es will nahe, das hängt über sie. Schade. Wollen wir doch so machen. Ah, so. Wie sieht es alles, Mädels? Kann man nicht entscheiden. Das nervt mich. Denkt dran. Denkt an unser Geld. Denkt, na ja, Geld ist relativ, sag ich mal, ähm... Was ist da rein? Bedenkt bitte. Was denn? 11.000... Achse 11. Ach, verdammt. Ein Glas? Mähdrescher? Ja, bedenkt genau, äh, es ist halt alles ein bisschen, ähm, ein bisschen klein gehalten, ne? Gibt's da eine Leertaste? Ja, dann kann ich ja wieder den Topliner kaufen, der Stoff ist auf Helder bestimmt perfekt. Mh-hmm. Mh-hmm. Warte. Wir brauchen die Farbenmanagerin. Warte mal, bitte, let's go. Ist schön fertig, ich hab drauf gewartet. Oh, so, jetzt geht der. Protest. Wie hast du das jetzt hinbekommt, mit den Kennzeichen? Nur mehr in Reizbazen. Ach, hier Typ 13. So, was brauchen wir noch alles? Du hast einen Mähdrescher geholt, hast gesagt, gell? Ja. Ja? Dann brauchen wir noch lauter so Gruppenzeug, sehe ich das richtig? Also, wir brauchen einen Tiefenlackerer, wir brauchen einen Grupper. Ja, genau, das meine ich. So, genau. Das ist bestimmt beim... Ja. Beim... Geräte. Perla. Bei Geräten. Das steht ja nicht. Das steht Autos und Divers. So. Geräte. Unter dem Traktor, linker Seite. Ach so. Ja, ja. Ach so. Ja, ja. Ach so. Da steht dann irgendwann mal Tiefenlackerer. Ja, und die Gruppe. Aber wenn, dann nimmst du das große Zeug, oder? Naja, der für 10,5 K der Kuhn sollte reichen. Ja. Wollen wir das Feld platt machen oder erst ernten? Ne, wir machen, wir machen. Wir könnten natürlich mit einem kleinen Häcksler versuchen... Du meinst den roten Grupper, Häcksler? Den roten Tiefenlockerer, ja. Wir könnten natürlich auch, Ella, versuchen mit einem Häcksler den Mais wegzuhäckseln. Ist das Tiefenlockerer? Ist das Tiefenlockerer? Ist das schon Grupper Tiefenlockerer? Nein, Tiefenlockerer ist Tiefenlockerer. Das ist zwischen Kreiselecken und Spatenmaschinen. Aber ich bin jetzt gerade beim Grupper um. Geh schon... Da braucht man doch auch einen. Oder? Ja, beim Grupper brauchen wir auch einen. Ella, wir brauchen noch das Schneidwerk. Da denk ich mal, denkst du dran, ne? Ja, was wäre denn da für eins in deinem? Ach so, große Blauer wäre ja schön. Beim Grupper... Ja. Beim Grupper... Ja... Ich kaufe den Tiefenlockerer schnell. Den Kuhn holen wir das. Genau. Beim Grupper Perle würde ich halt sagen, die Smaragd 9 slash 500 K ist ganz schnittig. Und ausreichend. Hä? Ist das Steine? 500 K? Ach, das hier. Okay. Genau. Ich kaufe das dann mal. Na, mach das. So. Kann ich das nicht noch farbig machen? Nee. Schade. Nee. Die Hauptfarbe ist so. Mit Ella, wir brauchen noch Schneidwerkswagen. Ach, das brauchen wir ja auch noch. Und dann brauchen wir noch... Haben wir jetzt einen Tiefenlockerer schon? Ja, wir haben ja. Okay. Wenn man es extra braucht, wo ist denn das Schneidwerk hier? Was man alles denken muss. Ja, Mädels. Aber ich sehe schon, allzu viel ist nicht verloren. So. Was brauchen wir noch? Okay, also wir haben Drescher, Schneidwerk und Schneidwerkswagen. Wir haben Grupper und Tiefenlockerer. Dann sollten wir brauchen... Steinsammler. Ein Steinesammler. Ein Steinesammler. Den kann Hayley dann anhängen. Anhängen. So. Hängt man den vorne hin? Was denn? Den schneide... Den Steine. Ich möchte den haben. Nee, den kannst du doch... Nee, hinten anhängen. Weil den Schneidwerkswagen brauchst du ja nicht anhängen. Der kommt ja an den Drescher. Ja, aber dann müssen wir den jetzt noch kaufen, oder? Ich brauche eine Sämaschine. Nee. Was willst du jetzt kaufen? Das Steining. Ich habe ihn schon kaufen. Das steht schon da. Das Orangene. Okay. Ihr habt noch nie Steine gesammelt. Zeit wird's. Ich lasse Profi im Steine sammeln. Achtung, großen, dick, wild Roche. Was? So. Ach gut, als Sehen darf ich vergessen. Oh. Ich habe gesehen, wie du mit den Stirn gerunzelt hast. Das war so laut, das hat man bisher auch gehört. Gut, was brauchen wir noch? So. Eine Sämaschine wäre nicht schlecht. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Da könnte man ja mal überlegen, ob man vielleicht von der Richtung weg geht mit den großen Sämaschinen und da vielleicht so eine Anbau-Sämaschine sich zulegt. Da beachtet aber bitte, die Sämaschinen brauchen auch eine gewisse PS-Zahl. Anbau-Sämaschine. So. Da gibt es sicherlich auch Variationen mit Front-Tank und allem drum und dran. Ich suche gerade. So. Ich glaube, ich werde niemals LS-Profi. Ach doch, Perle, das wirst du. Ach nee. Natürlich. Das wirst du. So. Nebenbei, meine lieben YouTuberinos, werde ich euch gleich mal erklären, weil ihr habt ja sicherlich auch mit euren Argus-Augen schon entdeckt, dass der Kontostand immens hoch ist. Das ist soweit richtig, weil normalerweise wäre er noch höher, da wir uns ja doch schon einiges erwirtschaftet haben auf der Ambellerand, auf der Franzmann Map. Und ja, ich habe da mal grob überschlagen, habe uns das mit rüber genommen, das ganze Geld. Und das ist jetzt quasi so unser Startkapital, mit dem wir hier starten können. Ist nicht wenig, das stimmt. Aber bedenkt, meine Lieben, die Hayley wird anfangen mit bauen. Und was wissen wir meistens? Ist es so, wenn Frauen Geld in der Hand nehmen, da brauchen wir nicht aussprechen. Na gut, das ist bei ihr jetzt nicht so. Das möchte ich anmerken, bevor sie erlöst. Aber, ne, wir wissen alle, es kostet Geld. So. Und deswegen ist das so, wie es ist. Das Schöne ist natürlich, wir sind hier schon echt nah dran. Das heißt, vom Händler aus haben wir absolut keine weiten Wege. Das ist sehr gut. So. Und deswegen, was hier natürlich auch sehr gut dazu passt, ist dieses, ähm, diese, äh, aus dem Bayerischen, diese, ähm, Gebäude. Und, äh, wir haben den blödesten Weg genommen, den wir nehmen konnten. Aber das macht nichts. Wir sind so viel Profi, dass wir hier ums Ecke kommen. Brauchen wir eigentlich jetzt, äh, wir brauchen ja jetzt, das ist doch Mais da vorne, oder? Ja, das ist richtig. Das ist doch Mais. Wie kriegen wir jetzt den Mais da weg? Das ist die Frage. Den häckseln wir. Den häckseln wir. Und was brauchen wir denn dafür, Perle? Um den Mais häckseln. Brauchen wir einen Häckseln. Das ist richtig. Das heißt, das bedeutet, wir brauchen... Aber der ist nur im Wachstum. Das macht er nicht. Können wir trotzdem häckseln. So. Können wir den trotzdem häckseln. Das bedeutet... Und das muss gewalzt werden, steht da. Ja, ja. Dann, wir machen es ja nur leer, dass du dort bauen kannst. Ja. Verstehst? Ne? So. Ja. Ich träg's nicht. Also brauchen wir... Warte, einen Häcksler haben wir gesagt. Wir haben einen Häcksler. So. Haben wir einen Häcksler? Haben wir einen Häcksler? Ich dachte, wir haben einen Häcksler gekauft. Nein, einen Mähdrescher haben wir gekauft. Genau. Einen Mähdrescher. Den pack ich gerade hier ein. So. Kannst du mal zu den Sehmaschinen gucken? Ich guck mal zu den Sehmaschinen. Fein Häcksler Schneidewerk. Ich hätte jetzt die grüne gekauft, aber... Die grüne Amazon. Ist das richtig? Ja. Was ist Anbau? Was meinst du mit Anbau? Du hast gesagt, so eine Anbausehmaschine. Richtig. Anbau ist, was drei Punkte... Also so heißt es zumindest bei uns in der Region. Anbau ist, was drei Punkte aufgesattelt angebaut wird. Das heißt an die drei Punkte, an die Unterlenker und an die Oberlenker, der hinten direkt am Traktor sind. Und Aufsattel ist jetzt so in dem Sinne, wenn du weiter guckst, die längeren Sehmaschinen, die nur am Unterlenker befestigt werden. So. Wir brauchen... Achso. Ja, Perle. Was brauchen wir? Red weiter. Was wir auch gut gebräuchten können als Sehmaschine, was eine sehr schöne Kombination wäre. Das wäre zum einen die 6m Kuhn, die HR 6040 RCS plus BTF R 6030 in Verbindung mit dem Fronttank, dem TF 1512. Das wäre eine optimale Sehkombination. Hayley. Wir brauchen einen Feldhäcksler beziehungsweise Schneidewerk, oder? Wir brauchen einen Feldhäcksler. Das ist richtig... Daher wäre das supi. So. Ähm, da ist jetzt... Da ist jetzt... Den würde ich uns jetzt erstmal nur mieten wollen, weil ich würde da gerne einen anderen Häcksler mit drauf nehmen. So, deswegen such dir da einfach einen aus, den du mietest. Ja, welchen denn? So. Ja, gut. Dann lass uns den Schöndier. Lass uns den Schöndier-Häcksler mieten. Den 633 Premium? Ne, den 9000er. Schöndier. Ne, 9000er. Du bist doch bei Feldhäcksler, oder? Ja. Ich war jetzt mal den Bulldog zurück. Und dann hast du doch den Schöndier. Den dritten. Ja. Den 9000er Series. Ne, von links den 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der 639 Premium. Was? Wo muss ich denn hin? Ne, wo bist du? Also einfach... Bei Feldhäcksler, Schneidewerke. Ach, wir... Ne, wir brauchen doch... Als Fahrzeugen-Häcksler, oder? Ach, du bist bei... Perla, wir sind bei den Fahrzeugen. Ach so. Ja, genau. Bei den Fahrzeugen. Wo muss ich denn hin? Feldhäcksler. Richtig. Okay. Ich geh mir nicht aus. Ne, 9000. Okay. Mieten wolltest du denn, gell? Mieten, genau. Und da kannst du auch... Wenn du auf C gehst, Kombination, siehst du auch die Schneidwerke, da kannst du das erste Schneidwerk mieten. Was? Okay, warte zurück. Wenn ich auf C gehe, das erste... Ja, das ist ja mit drin. Dann, oder? Ne, ne, das musst du ja noch dazu kaufen. Das zeigt dir ja nur an, was kann man dafür kombinieren. Ach so. Also miete ich jetzt das erste Dings? Genau. So, das steht gerade hier, richtig. Und jetzt mietest du einfach den Feldhäcksler. Okay. Ja. Ich bin da. So. Ach so, das sind Reifen. Hast du den Feldhäcksler gemietet? Warte. Kann man keine Farbe ändern. Nein, kann man auch nicht. Das sind Standortfahrzeuge. So, da ist er. Genau. So, Mädels. Dann haben wir jetzt schon... Während die Haley jetzt nach ihrem Häcksler sucht. Der ist schon durch. Den hat sie schon fertig. Ach, hat sie fertig. Richtig. Sind wir mit dieser Folge ja auch schon durch. Schauen wir mal auf die Zeit. Jawoll. Na, heftig, Mädels. Ihr habt ja aufgepasst. Oha. So. Also, in diesem Sinne, meine lieben YouTuberinos, sind wir am Ende angelangt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt dazu natürlich wieder gerne in die Kommentare, wie, was, wo. Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, dass wir hier auf die Oldstream gewechselt sind. Und in diesem Sinne sagen wir einfach Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss und Ciao.